Oh, hallo meine Dodos, und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge Minecraft Evolution. In diesem Modpack, was auf dem Techniker unser Spiele, wird, äh, werden wir eine neue Welt machen. Die heißt, wo oder üblich, Evolution. Ich hab's schon eingestellt, überleben, Standard, wir können auch bei uns auch Plenty machen, aber wir machen Standard. Die Wohnungsfrau hab ich eingesetzt, und jetzt erstellen wir mal die neue Welt, mal gucken, wo wir rauskommen. Oh, hallo, 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 hallo da sind ist da ein und so noch flossen die Die ziehen wir auch gleich mal an. Ah, erstmal bauen wir die, ähm, Tor ab. Sonst haben wir keine Verspornmöglichkeiten. Ne, ahne. Erstmal. Ah, ne, ich mach noch mal zweiter Mann. Da kannst du dann Hallo sagen. Ja, ist die Folge? Ach ja, stimmt ja, wir haben ja auch, ähm, Botania drin. Äh, ähm, im Alsmot. Und, 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 wir haben da wirklich sehr viele Sachen, weil wir nicht so... Ach, ich weiß was, wo sind wir? Wir gehen vorher mal zum Dorf. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Nehmen wir mal diese mühsische Blumen, die lächeln wir an. Yay. Sky of beginning. Nehmen wir das Begins, okay. Ach, da ist keine Schmiede. Also sind wir aus das Dorf. Oh, und was ist das für eine schwarze? Schwarze, äh, schwarze, mühsische Blumen. So. Ui. Und Klee. Ups. Entschuldigung. Hab auch wirklich gehabt, dass wir irgendwie auch keinen Hunger bekommen. Äh, 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 äh. Ähm. Wir haben so viele Sachen hier. Und wieso? Ich will hinterfragen uns. Wozappen, 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 wozappen. Hehe. Ein.. !! Bean-Nest. Cool.. Eine.. Bean-Königin. Hm? Das ist mir da. Ach, hier ist mir die Tourhändler mal drin. Das haben wir erst mal ein. Das haben wir bitte. So, jetzt haben wir erst mal zwei Halsschwerter zur Verteidigung. Aber wir sollten auch erst mal mit ein bisschen Dings an dem Holz. So, meine Videos produziere ich größtenteils vor. Damit ich, ähm, weiß es, weiß nie, so, weiß, weil ich kaum eine Zeit habe, so in der Woche. Deswegen mache ich es hier so, sagen wir mal zu 90% am Wochenende. Und, ja, blöde Schaf, guck mir das doch so blöd an. Ähm, und es kommen auch noch andere Spiele wie Microvoid und Grasse Crashers und, und, und. Aber, ich habe halt erst mal nur das da. Und, ja, ich kann nur am Ende von den großen Teils. Ach, ja, wir wollten das Schafen kriegen. Oh, ah, hier leckt gerade ein bisschen. Oh, ah, hier leckt gerade ein bisschen. Cool. Oops. Ja, aber auch hier. Oh, hier, da haben wir Röhreste. Ja, wir haben Röhreste. Ja. Oh, ne, cool. Oh, ne, ja. Hallo. Hey. 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 So, links rechts, komm her, Timberlott, ha 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 ha. Ähm, ja, sollten wir uns auch mal was suchen. Diese Tokise-Pflanze, oh mein Gott! So. Wir haben jetzt drei Bolle. Ja, das reicht uns erstmal. Jetzt erstmal eine Höhle suchen. Wir brauchen eine Höhle jetzt grad. Und wir haben hier lauter Brummeln. Ja, so. Und jetzt mit durch die Botania. Toll, Wasser. Hehehehe. 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 Aber es sieht nicht so aus, als ob da eine Schmiede drinne wäre. Doch! Jaaaa. Und? Oh mein Gott. Wieso ist... Oh mein Gott, wieso ist da so ein riesiger Grabstein? Was ist das denn? Hm... Hm. Mh. Reingrabschlein Toll Für Blocklinge in der Sache Ja klasse Aber ich glaube wir Das ist ja Annen wir stehen Ja 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 Sooo, was machen wir denn jetzt? Woah, blood magic. Mist. Sooo, unten ist Leder. Wir brauchen aber jetzt erstmal Stein. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier raus. Weil erstmal wollen wir unser Bett machen. So, wir haben einen Cap in das Bett. Das ist zwar nicht die beste Art, ein Bett zu machen, aber was soll's. Oh, weiße Bolle. So. Oh. Oh, das ist eine Nacht. Wir gehen gleich schreifen. So. Links ist die Kombination. Aktivieren. Okay. Hallo Village. Haben noch. So. Oh, ich weiß nicht woher... Oh, schädig mal. Oh, scheiße. Was hab ich denn gerade gemacht? Oh, egal. Tut mir leid. Tut mir leid. Ganz vom herzen. Tut mir leid. Harvey. Oh, das ist ja... Was so... Wie kann man denn schon mal an... Wo, Tanja? Wo, muss man denn schon auf der... Dach, ich... Lääh! Tja. Baby. So, ich brauche eine Öle. Ähm. Land. Land. Oh. Kohle. Das brauch ich. Kohle. Schnell, 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 schnell. Kohle, Kohle. Ah, na bitte. Das darf ich. Lime-Stoon. Oh, oh, ne. Bleib. Ui. Ähm. Ja. Egal. Hey, ich krieg hier gerade echt die Krise. Keine Öle. Ja, nicht mal irgendeine Sichtweite. Da hängt irgendwas. Nutmeg? Ähm. Hm. Ich glaube, das ist nicht so effektiv, so abzubauen. Flirschilfrohr. Ist das nicht so effektiv? Ähm. Anflüssen. Ja, nicht weiß. So, 5 Minuten haben wir noch. So lange hier meine Folgen, so 20 Minuten so rum. Und da würde ich mal sagen, wir suchen jetzt noch eine Öle und dann... Hä, 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 hä. Ja, 4 Minuten. Oh, wir haben einen... Bruder, 4 Minuten. Oh, wir haben einen kleinen Bruder. Mein kleiner Bruder hat da gerade gesprochen. Währenddessen ich gerade, ähm, was zum Reden angeschaltet habe und hier das Lava nicht reinspringen kann. So, 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 so. So. Weitbrat aufgehalten. Und jetzt nicht in die Lava fallen, nicht in die Lava fallen. So, und in die letzten 4 Minuten suchen wir irgendwie jetzt nochmal ein komisches Ding. Wir haben einen Blockkling. Oh mein Gott! Wir haben hier einen Blockkling. Oh mein Gott! Hm, wie süß. Oh man. Ich weiß nicht, wie ich sie zählen kann. Hä? Ich weiß nicht wie die Systeme kommt. Nein! Mit dem Karten? Schnell, der Schnellflug. Lappier, ich will dich zählen. Lappier, ich will dich zählen. Vielleicht kann man das mit dem Grasblock machen. Hab ich doch. Ich kann hier keine Grasblock erbauen, solange es keine Berufsamkeit da war. So, wo ist der jetzt Blocki? Da! Einen Tampfen, ey, machen dafür. Upsala. Ich weiß nicht. Und Screenshot. Ich guck jetzt noch gerade an, wie man Screenshot macht. Ah, F2. So, jetzt haben wir ein Screenshot von unserem kleinen Grasblock. Da ist noch einer. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, mit was man die zählen kann. Wenn ihr wisst, wie die man die zählen kann, habt es mir bitte in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ging mir irgendwie mit Rosen. Nee, das müsste ja nichts gewesen sein, ansonsten wäre es ja irgendwie ein bisschen komisch. Hm? So. So, meine Freunde. Ich habe... Ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich jetzt kein, ähm, wo ich keine Zeit mehr habe. Also, würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge Minecraft Evolution!